Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich wieder im Park in Sofia unterwegs und bespreche ein paar Themen, ein paar Fragen, die mir gestellt wurden hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, die erste Frage ist, wie schnell findet man Anschluss hier? Und gibt es hier eine internationale Community? Gibt es hier Leute, mit denen ich in Kontakt reden kann, mit denen ich Freundschaften schließen kann, wenn ich hier anfange zu studieren oder bin ich hier ganz alleine? Bin einfach in einer fremden Kultur, in einem fremden Land ohne Unterstützung und ohne irgendjemanden, der mir weiterhilft. Also, ich lächle so ein bisschen bei der Frage, weil mir ging es damals auch so. Ich hatte wirklich auch diese Befürchtung und ich habe mir wahnsinnig Sorgen gemacht, hier keinen Anschluss zu finden, weil ich einfach niemanden kannte hier, weil ich komplett alleine war in diesem Land und es gab auch verdammt wenige Informationen über Bulgarien draußen im Netz. Ich habe mich da wirklich sehr schwer getan. Deswegen mache ich ja auch meinen YouTube-Kanal, dass ihr wirklich einen guten Eindruck bekommt und wenn ihr hier studieren möchtet, dann findet ihr auf meinem Kanal wirklich wahnsinnig viele Informationen und Antworten, so wie diese hier auch an diesem Blog, in dem ich ja die Frage beantworte, wie das jetzt läuft hier mit dem Anschluss. Also Leute, es gibt hier eine wirklich sehr große internationale Community und ihr müsst euch keine Sorgen machen, hier einen Anschluss zu bekommen. Also, bevor das Studium losgeht, fängt es schon mal an mit der Einführungswoche und mit Einführungsveranstaltungen, mit Partys, wo man sich schon mal kennenlernt. Dann ist es ja so, dass ihr nicht so anonym wie in Deutschland Humanmedizin studiert, sondern wirklich in Kleingruppen. Das heißt, ihr seid maximal zehn Personen nach den Vorgaben der Universität. Ich zum Beispiel, wir sind jetzt sieben Leute in der Gruppe pro Professor und man ist mit dieser Gruppe in allen Fächern. Natürlich, Vorlesungen sind für das ganze Semester, aber alle Übungen, also da womöglich das meiste Wissen meiner Meinung nach vermittelt wird und wo man die meiste Zeit verdrängt, die sind in den kleinen Gruppen. Und es gibt eben, jeder wird am Anfang eine Gruppe reingeschmissen und mit dieser Gruppe ist man bis zum Ende. Es gibt die Möglichkeit, die Gruppe zu wechseln, aber das ist nicht so leicht. Da muss man einen Antrag an den Dekanen stellen, man braucht wirklich eine Begründung und so weiter. Also, man kann es nicht einfach so machen, weil wenn man jetzt irgendwie wirklich Probleme hat mit einer Gruppe, kann man die auch mal wechseln. Aber das passiert in den seltensten Fällen. Ich kenne nur zwei Leute von der ganzen Uni, die das gemacht haben und die anderen sind eben in ihrer Gruppe und ja, man ist da so wie in einer Familie zusammengeschweißt und allein dieses Umfeld ist wahnsinnig stabil. Aber natürlich gibt es noch wahnsinnig viele andere Möglichkeiten hier in Sofia, an der Medical University. Zum Beispiel haben wir eben diese Associations. Also, es gibt quasi ganz viele Clubs oder Arbeitsgemeinschaften hier. Wir haben eine Studentenhilfsorganisation, Student Aid Drop heißt das und die helfen eben Flüchtlingen, die ist sehr aktiv und macht wirklich wahnsinnig tolle Arbeit. Dann gibt es die Asian Society, wo man traditionell asiatisch tanzen lernt. Und es gibt die Tennis Society, wo gerade auch viele Deutsche sind, die einmal in der Woche Tennis spielen hier. Ja, verschiedene Sport- und Musik- und Tanzveranstaltungen. Man kann auch traditionell bruggarisch tanzen. Wird alles von internationalen Studenten organisiert. Wir sind ja mittlerweile an die 3000 internationale Studenten aus über 40 verschiedenen Ländern und ungefähr 800 bis 1000 deutsche Studenten schätze ich. Ich kenne selber nicht alle. Im Flughafen treffe ich immer mal wieder ein neues Gesicht und höre jemanden Deutsch reden oder über eine Klausur sprechen oder einen Professor, den ich kenne. Und ja, so lernt man sich teilweise dann auch im Flugzeug kennen. Aber ja, wie gesagt, ich kenne nicht alle, aber wir sind sehr viele hier. Und man lernt sich halt wirklich sehr schnell kennen. Und es gibt hier einen deutschen Stammtisch. Das war es von mir. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Bis zum nächsten Video. Euer Marcel in Bulgarien.